Der Edge Split Modifier dient dazu, kontrolliert Kanten weich oder hart wirken zu lassen, indem wir die Edges voneinander trennen. Durch das Trennen von Edges wirkt, wenn das Objekt auf Shade Smooth gestellt ist, die Kante scharf. Mit Edge Angle können wir, wenn aktiviert, angeben, ab welchem Winkel die Kanten geteilt werden sollen. Wenn zwischen beiden benachbarten Flächen der Winkel größer ist als der Trennungswinkel, dann wird er getrennt. Dabei gilt, bei 0 werden alle Kanten geteilt und bei 180 Grad gar keine. Mit Sharp Edge können wir das alles besser kontrollieren, wenn wir richtig vorgegeben haben, welche Kanten es betrifft. Das heißt, wir markieren alle Flächen, die wir trennen wollen, drücken STRG-E und dann auf Mark, Sharp. Alle Flächen, die nun auf diese Weise markiert wurden, werden nun vom Modifier berücksichtigt.